Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution, wo schon wieder drei Leute anscheinend todesmutig durch den Zaun gesprungen sind hier ins Cerato-Gehege. Einer ist hier hinten auch noch und deswegen hat schon wieder meine Parkbewertung gelitten. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass hier die Zäune relativ dicht sind. Hier ist noch jemand, sehe ich gerade. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es scheiße, weil dadurch... Guck mal, hier unten ist auch noch einer. Was machen die denn alle da drin? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wo? Woher kam das Geräusch denn? Ich habe Facebook nicht offen. Ah, verflickst die Kiste und natürlich muss ich wieder niesen. So, die Tür baue ich einfach mal da hin. Leute, kommt doch da einfach mal raus. Ähm, wir haben hier einen kranken Dino. Den kümmere ich mich jetzt einfach mal. Das Problem ist, ähm... Das Problem ist, dass ich jetzt so einen hohen Gras stecke. So, wir haben nämlich drei kranke Dinos. Schon, das breitet sich gerade aus. Ähm, das Problem ist ja, ich kann ja hier nicht wie bei Planet Coaster oder früher Rollercoaster-Tycoon oder was auch immer... Kann ich ja hier nicht die Besucher mir schnappen und sie einfach rausholen. Ich kann ja nur ein theoretisch nur die Dinos betäuben. Und das ist ja nun auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders, ne? Brauche ich gar nicht versuchen, wenn der abhaut. So, der dürfte schnell gesund werden. Da füllen wir mal auf. Sichtkontakt mit Produkt. Produkt wurde behandelt. Ach, nur schießt doch schneller. Ich muss eigentlich mal gucken, was das ist. Ich hab keine Ahnung, was das gerade ist. Empfange Produktidentifikation. Ah, das war ein guter Schuss. Treffen auf Sturm. Bewegung. Oh Gott. So krank kann der ja gar nicht sein, wenn der bis dahinten hingeäumelt ist. Oh, jetzt ist der auch noch krank. Jetzt geht hier aber echt die Epidemie um. Hat der sich gerade ernsthaft weggeduckt? Empfange neues Ziel. Ich will dir doch nur helfen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Jo, reicht. Jo, reicht. Der krankten Dracorex haben wir auch noch. Gute Arbeit. Der ist jetzt noch krank. Da hinten der. Produkt in Reichweite. Jetzt haben wir noch einen krank schon wieder. Das scheint irgendwas hoch ansteckendes zu sein. Sieht aus, als wäre der Sturm. Man über. Yes. So, jetzt kommen hier die Battlefield-Skills raus. Wow. Na, endlich. Ich wollte gerne noch die neuen Dinos mal fotografieren. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Warum die sich denn jetzt alle hinverkrümelt? Da ist eine. Das ist eine blöde Position, um ein Foto zu machen. Oh, komm. Das Bild ist doch mega süß geworden. So, und hier sind die Leute schon draußen. Ne, die stehen immer noch dumm da rum. Könntet ihr die dann bitte wenigstens mal langsam fressen, dass ich Ruhe habe vor den Viechern? Nicht vor den Viechern, vor den Leuten. Ha. So, Fossilienzentrum. Das können wir wieder verkaufen. Und den hier können wir weiter erforschen. Das ist der Majasaura. Den Majasaura brauchen wir für unseren einen Auftrag hier. Und der war da. Schon wieder ein Pflanzenfresser. So, ja. Das Savannenskin-Gen haben wir. Ich weiß es nicht, wenn ich da jetzt einen Zaun weg mache, haut der dann ab. Geht der raus, der Mensch? Der hier scheinbar auch. Ja, dann gehe ich jetzt noch schnell raus. So, jetzt müsste die Bedrohung ja wieder aufhören. Wir haben die Menschen rausgelotst. Und die Dinos sind wieder drin. Müsste eigentlich hinhauen. Hier, Sicherheitsauftrag wollte ich nochmal machen. Lass uns mal gucken, was wir da bekommen können. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Brüten Sie mindestens fünf neue Dinosaurier aus. Lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Ja, können wir machen. Das kriegen wir so oder so irgendwann abgeschlossen. Von daher kein Thema. Ich würde ganz gerne noch einen weiteren Pflanzenfresser auch an hier reinbringen. Vielleicht können wir die dann hier hinbringen. Ich lasse hier unten mal noch ein bisschen Platz. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir da ja noch was anderes unter. Ich baue hier mal wieder eher am Weg noch lang. Halt, stopp. Nee, warte. Das da mache ich weg. Weil dann... Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Noch einer? Verhindern Sie zehn Minuten lang Stromausfälle. Ja, können wir auch nochmal annehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Nee, weil dann würde ich nämlich hier den ganz gerne ein bisschen weiter wegbauen. Und dann kriegen wir da vielleicht noch so ein Besucherdingens hin. So was hier. Ja, nur andersrum bitte. Sehr gut, danke schön. Genau, das wollte ich. Scheinbar bräuchten wir dafür aber ein Umspannwerk. Dann reißen wir das da mal ganz kurz ab. Bauen hier stattdessen ein Umspannwerk noch hin. Bäume werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr neben unterkriegen. Nee. Hier müssen wir aber definitiv auch noch ein bisschen roden. Ansonsten sehen unsere Besucher ja nichts von den Dinos. Warte mal, können wir hier nicht generell das ein bisschen anders? Dass ich das hier nicht so... Dass ich das hier nicht so... Ja. Oh Gott, was eine Konstruktion, ne? Oh Gott, oh Gott. So, da brauchen wir natürlich auch noch wieder ein Tor. Das kriegen wir da unter. Das ist gut. Das finde ich da nämlich ganz gut platziert. Nein, stopp, das wollte ich gar nicht. Haha. Mir fehlt hier eindeutig ein Button zum rückgängig machen. Kennt das Problem noch jemand von euch, der das Spiel auch spielt? Da finde ich passt es besser hin, weil dann ist da irgendwie... Das ist vom Terrain nicht so... Unpraktisch. So. Ja, natürlich. So, guck mal da, zweieinhalb Sterne schon. Oh, ja. Und wir kriegen natürlich noch wieder eine Belohnung dafür. Warte mal, hier hinten... Die Expedition war schon wieder da, habe ich eben kurz im Augenwinkel gesehen. Das heißt Fossilienzentrum. Können wir direkt noch wieder extrahieren. Und die hier weiter auf die Suche schicken. Vielleicht sollten wir tatsächlich hier Forschungszentrum... Ähm... Das erforschen wir jetzt hier einfach. Das ist zwar mega teuer, das hätte ich eher woanders erforschen sollen. Aber ich habe gerade keine Lust, in einen anderen Park zu wechseln, deswegen. Momentan eher nicht so, nee. Guck mal, kann ich hier einen kleinen See vormachen? Nein, kann ich nicht. Oh. Schade. Kann ich da noch ein bisschen... Ja, ein Bäumchen kriege ich da aber unter. So, jetzt ist das doch ein bisschen schöner da angelegt, das Hotel. Kriegen wir hier auch noch ein bisschen? Da kriegen wir, glaube ich, keinen Baum hin. Nee, leider nicht. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so tragisch. Was ist denn mit dir? Sozial ist niedrig. Halt, stopp. Dann sollte man die vielleicht nachher hier drüben übersiedeln. Dann... Nee, nicht den. Ach nee, kann ich das nicht abbrechen? Doch. Den da bitte noch. Hm, die schreien schon. So, aber die Ranger sind schon wieder unterwegs und die kommen jetzt auch zum Betäuben. So, und den bitte mal darüber bringen. Und den auch bitte darüber bringen. Vielleicht fühlt ihr euch da dann wohler. Ist ja kein Thema. Wenn es euch da zu voll ist, dann machen wir das halt einfach so. Gar kein Problem. So. Ich weiß nicht, wie viel Wald ihr haben wollt, aber... Hier kriegt ihr einfach mal noch ein bisschen, dann ein bisschen Grünzeug kriegt ihr auch noch. So. Produkt wird transportiert. Ist hier noch ein Besucher drin, oder was? Jo, da ist noch einer drin. Produkt in der Luft. Ja, dann kommen wir schnell da hinten rüber gelaufen, mein Freund. Komm, komm hier hin. Die Dinos haben da sonst schneller raus als du. Zustellung wurde abgestoßen. Ja, ne. Der ist auch platt damit. Scheinbar möchten die gern auch noch ein bisschen mehr haben. Dann brüht man doch noch einen davon aus und bringen den auch noch hier rüber. Grasland und Wald ist aber eigentlich gut so. Aber, ja. Die wollen gerne noch ein Dino mehr haben. Habe ich hier schon die Brutzeit? Ne, Brutzeit habe ich noch nicht verbessert. Jetzt aber. Dass wir denen hier hinten noch schnell weitere Dinos dazu packen können. So, und ihr bitte direkt nochmal durchstarten. Ah, fehlgeschlagen. Ah, Käse. Das muss jetzt schnell klappen. Die fühlen sich da null wohl. Oh, guck mal hier. Zwei richtig dicke. Dann können die nämlich auch noch dazu rein, theoretisch. Die Maya sauren. So, jetzt wird der gleich wieder versuchen, den Zaun kaputt zu machen. Weil er sich ja nicht wohl fühlt hier. Ja, exakt. Supi. Ja, das dauert leider auch noch ein bisschen. Hä, wenn der Zaun hier wieder so ein bisschen platt ist, dann können wir ja wieder ein Ranger-Team dran schicken, ne? Brunz. Der tut euch nichts. Der will nur spielen. Der will nur kuscheln. Alles gut. Das gibt es doch nicht hier. Die haben doch... Ich hab doch hier die auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, oder nicht? Ne, Kapazität. Super. Erfolgsrate bitte auch noch. So. Jetzt haben wir hier nämlich... 78. 70. Der wird ja wohl hoffentlich nichts machen. Da kommen zum Glück die Ranger schon wieder. Jups. Und da ist der Zaun wieder heile. Sorry, Kleiner. Mhm. Oh, guck mal. Der wollte gehen auf den Aussichtsturm. Erwirtschaften Sie mindestens 300.000 Dollar durch den Verkauf von Expeditionsfunden. Klar, können wir machen. Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. Wir kontrollieren sie, indem wir sie sich selbst kontrollieren lassen. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Diese Expedition kann helfen. Recht hast du, Heinrich. Das gibt es doch nicht. Den werde ich definitiv mal noch mehr Genomen zusprechen. Sobald wir das zweite Team haben. Was sagt denn das Forschungszentrum? Wie lange dauert denn das noch? Ach, haben wir schon? Jo, Tatsache. Äh, warte, warte, warte. Wie müssen wir das hier... Ja, aber wir haben noch kein zweites Team. Bin ich jetzt doof? Vielleicht muss ich dafür auch wieder in ein anderes Gebiet. Ach, jetzt ernsthaft? Ah, das kann doch nicht wahr sein. Wenn das Team jetzt gleich wieder da ist. Wenn es zum Glück recht schnell geht, dann sollten wir es definitiv auch mal losschicken für den anderen. Das ist ja echt gerade richtig doof. So, da kommt er wieder. Zaun defekt. Oh, warum kann ich das nicht anklicken? Mir ist dann direkt da. Einverstanden. Ich glaube, die sind jetzt nicht wirklich so mega gefährlich. Also, klar, die können natürlich auch wehtun, aber... Und den hier haben wir auf 72. Wenn wir das Genom mit dem Savannenteil modifizieren, was wir ja sollten, sind wir auf 67. Das heißt, 87 damit versuchen wir einfach mal. Der, da geht gerade noch Enrage. Da rennt die einfach alle Wellen in den Haufen. Aber die sind so wunderschön. Und die sehen eigentlich so sanft aus, ne? So, die sind auch schon wieder da. Boah, das geht echt wie das Brötchen backen. Hä, warte mal. Warum ist der noch nicht unterwegs? Achso. Ah, jetzt sind die zwei unterwegs. Ich weiß noch nicht, warum ich die nicht unten drin hatte, alle beide. Na gut, macht ja nichts, ne? So, und das hier verbessern wir jetzt auch, dass die Überlebenschance größer wird. Ich würde ganz gerne diese eine Folge hier noch einen davon ausbrüten. Oh, sehr gut. Es hat funktioniert. Halleluja. Das Problem ist nur, dann müssen wir den halt sofort betäuben. Und den rüber zu den anderen bringen. Dass die noch einen dritten Freund haben, dass die vielleicht bessere Sozialkontakte knüpfen können. Oh, guck mal, die sind so süß. Guckt euch die Augen an. Produktzustellung bestätigt. So wunderschön. Es tut mir leid. Ihr kriegt ja ganz bald noch einen weiteren eurer Art. Und dann guckt mal hier, der könnte auch noch, statt Savanne, könnte er auch noch Alpin bekommen. Und brüht mir davon noch einen aus, dass dann noch ein weiterer da hinkommt. Dann haben wir hier fünf Dinos drin. Ich hoffe, dann seid ihr mit dem Bestand zufrieden. So, da wird jetzt der Nächste abgeholt. Bitte, bitte, bitte seid dann zufrieden. Produkt ohne Zubestellung. Gut, der Maya Saures ist auch bald soweit. Fossilienzentrum. Oh, guck, der ist fertig. Dann haben wir das hier nämlich auch abgeschlossen gleich. Das hier. Sehr cool. Boah, das wird eine mega lange Folge. Oh, wow. Guck mal, der passt doch auch von der Größe her ungefähr. Okay, wir müssen diese neuen Dinosaurier den Gästen verkaufen. Als Urzeitgeilheit, oder? Das sollte sich auf den Umsatz auswirken. Und nur darüber wird Erfolg definiert. Wer kennt sie nicht, die Urzeitgeilheit? Ja, und jetzt haben wir noch die Aufgabe, insgesamt 3500 Besucher zu bekommen. Wir haben momentan 1853. Wir müssen dringendst unsere Bewertungen aufbessern. Den ist immer noch der Bestand zu niedrig. Schnell reparieren, bitte, Leute. So, da kommen die Ranger schon. Macht das mal schnell heile. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. So, jetzt einmal rumdrehen und schnell da hinten hin zurück. Ja, ja, halt du dich mal von den Zäunen fähren. Freund. Ja, auch so rumzukacken da. Also ganz ehrlich, hier machst du was mit. Der hat jetzt noch die andere Färbung. Ist auch schön in dem hellen Ton. Den würde ich dann auch gleich direkt noch betäuben, dass der auch noch rüberkommt. Dann haben wir drüben fünf Dinos. Also wenn sie dann mit dem Bestand noch nicht zufrieden sind. Das ist halt mega unpraktisch hier die ganze Zeit mit dem Hin und Her transportieren. Okay, lustige Geschichte. Dieser Mayasaurus war der erste Dino im All. Im Spacelab im Jahr 1985. Steht im Reiseprospekt. Sie schlagen auch gern die Köpfe aneinander. Das haben wir aber nicht reingeschrieben. Okay. Warum sind die denn auf einmal so mutzig? Ganz ehrlich, ich habe gerade keine Lust, permanent die da rüber zu transportieren. Das ist mir gerade wirklich zu doof. Dann mache ich das doch lieber so. Produkt wurde transportiert. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Der Bestand, das geht langsam, aber sicher hoch. Aber muss sich halt auch erstmal daran gewöhnen, ne? So, wir scheuchen jetzt den Guten da nochmal vom Zaun weg. Und dann denke ich auch, dass ich mich für heute von euch verabschiede. Weil, ich meine, ich nehme ja schon eine halbe Stunde lang auf. Hau ab da! Hau ab da! Und was haben wir da hinten noch? Nehmen Sie den Auftrag an! Das wäre gut für uns beide. Brüten Sie in einem Hammond-Entwicklungslabor erfolgreich ein Dinosaurier aus. Joa, das ist ja easy peasy gemacht, ne? Produkt wurde eingesammelt. Ai, denai, denai. Gut, ich hoffe einfach mal, dass es nächste Folge dann besser läuft. Ähm... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir müssen schnell reparieren. Und die schon mal wieder betäuben. Oh je, oh je, oh je. Ja, die müssen wir erstmal irgendwie beruhigen. Ich verabschiede mich für heute von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und vielleicht habt ihr Tipps, wie ich die jetzt hier halbwegs schnell irgendwie bei der Stange halten kann. Bis dahin. Tschüss! Transport abgeschlossen.